Hallo Freunde, Dashboards und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder beim Pro Cycling Manager 2015 und das geht weiter mit der dritten Etappe vom Circuito del Trentino. Und ja, heute geht es fast genauso weiter wie beim letzten Mal, nur dass es noch schlimmer wird, was die Anstiege betrifft. Es geht eigentlich nur noch bergig weiter, wir haben keine wirklichen Ebenen mehr, nur noch so minimale Anstiege sozusagen, wo man sich ein bisschen erholen könnte. Und ja, deswegen die Strategie Moreno muss er aufgeben, beziehungsweise den habe ich einfach rausgenommen, weil der einfach eine Angina hatte und die sich noch verschlimmert hat zu einem was weiß ich was das war, Selenitis, was weiß ich, irgendwas in einem Sellerie. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt riskieren, dass der vielleicht noch bleiben beschieden davon trägt oder ähnliches, das kann ja vielleicht passieren, weiß ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, gut, den nehmen wir raus, der wird hier eh nicht wirklich was reißen, wenn er hier so krank ist. Und ja, nicht, dass der nicht mehr wirklich fit wird oder nicht mehr in seinen Rhythmus findet. Also wollen wir das nicht riskieren. So, wir bleiben erstmal bei der Gruppe, vier Mann sind vorne weggekommen, wir werden auch nochmal ausreisen mit einem unserer Fahrer, das wird wahrscheinlich Caruso werden. Weil der, ja, der hat, ne, der hat 6 Minuten 58 Rückstand, ist 11 da, ich würde das zu weit vorne. Losada gehen zu lassen ist eigentlich so ein Himmelfahrtskommando, der wird es eh nicht schaffen. Eigentlich ist Caruso der Einzige, wo wir sagen könnten, der muss da vorne, oder könnte vorne was reißen. Aber den werden sie nicht weggehen lassen, nehme ich mal ganz stark an. Czernetki wäre hier der Wasserholer. Der würde es auch nicht schaffen durchzukommen. Der würde den Bergen richtig schön verkacken. Um es mal noch gelinde zu sagen. Den in den Bergen angreifen zu lassen ist auch nicht unbedingt schlau, glaube ich. Aber wir können es gleich mal probieren. Wir werden gleich mal im nächsten Anstieg dann versuchen mit dem wegzukommen. Das ist dann der Anstieg, der jetzt folgt. Jetzt geht es hier wieder nach oben. Das sind 4,5. Das dürfte er hinbekommen. Ich weiß, dass man das beim Ausreißen hier nicht merkt, diesen Einsatz, aber es soll danach diesen Einsatz gehen. Czernetki kommt mit der 75 gut rein. Kommt ein bisschen weg. Und jetzt kann er mit der 75 weitergehen, um da vorne ranzufahren. Mal sehen, wo er das hinkriegt. Da vorne sind sie schon. Czernetki ist 38, dann hat 14 Minuten Rückstand. Das heißt, das ist nicht unbedingt gesagt, dass die den jetzt verfolgen werden. Und die wollen den gar nicht rankommen lassen. Da sind sie ein bisschen böse. Da sind sie echt ein bisschen böse, die Jungs. So, hier erstmal die Zuschauer auf der Strecke. Sieht man ja auch bei den Rundfahrten sehr häufig. Manchmal gibt es auch ziemliche Idioten, die da schon diverse Unfälle verursacht haben dadurch. Aber in dem Falle natürlich erstmal nur einfach nur dazwischen gegangen. So, jetzt haben wir hier im Hauptfeld den Wasserhuler auszuwielen. Das ist natürlich wieder Losada. Wobei, Borghanoth ist eigentlich besser. Der ist noch da. Borghanoth wird nachher nicht mehr da sein. Der wird es nicht über die Hügel schaffen. Was heißt Hügel? Das sind eigentlich alles Berge. Das ist noch ein Hügel hier. Er könnte dann vielleicht noch einmal Wasser holen, wenn er es schafft. Und dann ist Schluss. Und Shenetki hat hier vorne mit der 70 einigermaßen sein Tempo gefunden. Wo er auch sagen kann, okay, er regnet hier relativ zügig. Und wir wollen natürlich nur an dieser Gruppe dranbleiben. Ja, das ist die Frage, ob wir das in den Bergen schaffen werden. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Wie gesagt, erstmal kommt hier ein Hügel und danach kommt dann nochmal eine Ebene. Dann nochmal ein relativ gelinder. Also hier ist auch ein Hügel eigentlich. Und danach kommt erst der richtige Anstieg. Da könnten wir dann zum Beispiel mit Shenetki versuchen wegzukommen und dann auf der Ebene vielleicht überzeugen. Wenn wir so die anderen Fahrer sehen, das sind jetzt nicht die besten Fahrer. Die sind im Berg zum Beispiel 69, ist da der beste Fahrer dabei. Aber nicht so gut. Also wenn wir hier lange, lange mit dieser Gruppe mitfahren, sind wir da sehr zufrieden. Und wie gesagt, solange die hier den Vorsprung einigermaßen halten, momentan ist das nicht der Fall. Die verlieren aber, wenn die jetzt ja nicht ganz so viel verlieren, ist alles in Ordnung. Mit Shenetki hätten wir eigentlich kein Problem dran zu bleiben bei den Jungs. Da war ein etwas steilerer Anstieg Part. Und jetzt geht es weiter. Wir gucken mal hier hinten nicht, dass hier irgendwer nach hinten durchfällt. Das ist nicht der Fall. Gut, dann bleibt er mal da vorne dran. Borganov hat minimale Probleme hier, da vorne mitzugehen auf jeden Fall. Und Shenetki ist weiterhin hier vorne drin. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass er durchkommt. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt über den Berg kommen würden. Viel Einsatz sollte der da auch nicht gehen. Wir haben gesehen, der ist im Berg auch nicht so stark. Und warum der jetzt geht, der Conti, das weiß ich nicht so ganz. Ah, die werden eingeholt. Die haben keine Lust mehr, die Jungs. Und ja, da vorne wird es sich nicht gefallen lassen, wenn Shenetki das natürlich alleine macht, dieses Hinterherfahren. Hinter uns ist Buesato, der noch mit der beste Bergfahrer war von denen, die jetzt dabei sind. Der wird es wahrscheinlich auch hinbekommen, mit ranzubleiben an uns. So, wenn wir jetzt hier nochmal hinten ran fahren, geht das, Conti? Lässt du dir gefallen? Natürlich nicht. Wer lässt es sich erst einmal noch gefallen? Es wäre schön, wenn ihr über die Ebene noch mit mir fahren könntet. Wir halten zumindest den Vorsprung einigermaßen. Jetzt geht es rapide nach unten mit dem Vorsprung. Ich wollte eigentlich viel weiter mit dieser Gruppe kommen. Es ist möglich, mit dieser Gruppe weiterzufahren, aber ich muss die ganze Zeit Führungsarbeit machen. Das ist halt das Blöde. Und abhängen wäre Schwachsinn. Denn da würde so viel Kraft bei drauf gehen, da lasse ich die lieber hinter mir herfahren. Und vielleicht schaltet sich ja doch nochmal einer ein. Buesato will jetzt hier nochmal die Sprintwertung mitnehmen. Was soll er machen? Interessiert uns nicht wirklich. Wäre schön, wenn ihr jetzt mal ganz kurz gleich einspringt, wenn ich Wasser holen gehe. So, und hier hinten hatten wir wen außer Korn-Wolganov. Der ist immer noch da, wie es aussieht. Deswegen kann er nochmal Wasser holen. Vielleicht kommt er noch über den Hügel drüber. Und Sjernetki muss jetzt die Gruppe hier selber führen, was ja gar nicht geplant war. Normalerweise müssten wir hier nochmal jemanden gehen lassen, aber die Strecke ist einfach noch viel zu lang, als das jetzt Sinn machen würde. Wir lassen dann einfach hier nochmal die guten Fahrer starten, dann ist gut. Conti will jetzt hier auch nochmal die Bergpunkte haben. Wie gesagt, wenn wir da jetzt noch uns beteiligen, dann macht das nicht viel Sinn. Wobei wir jetzt sogar noch ein bisschen mehr gehen können, damit wir vom Feld noch ein bisschen weit wegbleiben. Da hat jemand aber Ambitionen hier. Sturtoni, will der mit vorfahren? Oder will der die Bergpunkte mitnehmen? Würde beides jetzt nicht so viel bringen. So, Sjernetki, du sollst natürlich hier vorne jetzt keine 75 mehr gehen. Das Wasser holen bringt immer so schön Ausdauer, das ist super. So, bleib mal nebendranne. An dem Sturtoni. Ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal frischen Wind bringt, ob der mitmachen will bei der Führungsarbeit. Wir beteiligen uns gleich wieder, keine Angst. Also wenn du uns hier ein bisschen hilfst, dann können wir mal symbolisieren, dass wir hier auch ein bisschen Führungsarbeit machen wollen. Aber nicht so viel. Ist ja klar. So, jetzt geht's in den Anstieg. Jetzt würde ich ganz gerne, dass du mal was machst. Das ist gut. Das ist super. Der hilft uns da ein bisschen. Hat er gut gemacht, der Sturtoni. Können wir uns hier über den Berg bringen, wenn er Glück hat. Hat jetzt hier minimalen Vorsprung vor dem letzten Fahrer, der vorne noch mit dabei war. Das war Conti. Und Sjernetki hat komischerweise mehr Probleme, oder sieht danach aus, aber mehr Probleme hätte als Sturtoni. Der jetzt aber geht. Wäre es sich jetzt nicht mehr gefallen, dass wir hier einfach hinterher fahren. Soll er machen? Über den Berg drüber kommen. Was soll er machen? Noch werden wir nicht eingeholt von hinten. Müssen wir mal hinten gucken, dass die hier nicht auseinanderbrechen. Wir würden, wie sieht's aus? Sind alle noch da, alles klar. Sogar Vorganov kommt anscheinend drüber über dem Berg. Und danach wird's dann erst einmal darum gehen, die einzufahren. Wenn Sjernetki es ja nicht hier schaffen sollte. So, wir bleiben erstmal bei dem Einsatz. Und wir sehen die Jungs da vorne. Die haben Ambitionen. Wir gehen erstmal auf eine 95 hoch. Das ist nämlich eine Abfahrt, da kann man einfach mal ein bisschen pesen. Das ist eine sehr steile Abfahrt, weshalb wir hier gut pesen können. Unser Abfahrtwert ist bloß nicht allzu prall. 65. So, aber so viel hätten wir dann doch nicht pesen sollen, denn so ging weiterhin unsere Ausdauer runter. Wir werden jetzt hier mit einer 65 weiterfahren. Freie Fahrer. So wollen wir das haben. Position halten. 65. Jetzt sind wir wieder im Felde. Und hier haben einige Fahrer wieder zurückgefallen können. Vorganov. Na gut. Das war ja zu erwarten. Allerdings wird das wieder schaffen. Wer ist dann noch zurückgefallen? Das ist ja die Frage. Losada. Warum denn das? Schaffst du das mit einer 70 da wieder ranzukommen? Also ja nicht unbedingt nötig, dass die hier zurückfallen. Wir fahren natürlich nur eine 65, aber trotzdem sollte man das hier nicht unbedingt bekommen. Spillac. Der Run bleibt ein Junge. Der sieht nicht allzu schnell aus momentan, ehrlich gesagt. Wird wahrscheinlich gleich auch durchgereicht werden. Geben wir mal lieber die 70 mit. Und Rodriguez geht ebenfalls in 70 mit, sonst sind die nämlich gleich wieder weg. Da vorne. Das wollen wir ja nun nicht unbedingt. So, jetzt gehen sie erst die 70 mit. Die reicht anscheinend noch nicht mal. Die sind jetzt schon abgehangen worden. Wie so aussieht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die hier mit einer 75 Führungsarbeit machen. So, Jetnacker, du bleibst dabei. Und wo ist Caruso hin? Der ist ein bisschen abgehangen worden hier. So, Vorganov kommt als nächstes. Und als letztes kommt Lozada. Der jetzt in der Ebene auch nicht wirklich viel gut machen wird. So, jetzt geht erstmal Tempo raus. Das ist super. Dann können wir es hinbekommen, da vorne wieder reinzufahren. So, hier vorne orientierst du dich bitte. Und die Fahrer, die jetzt kommen. So, Spiller soll natürlich frei fahren. Vorganov. Wäre schön, wenn die immer alle zusammenbleiben, wenn man die Führungsarbeit leisten lassen würde. Dann könnte man das natürlich mal machen. So macht es halt keinen Sinn. Ja, wenn ich jetzt denen sage, hier fahrt mit demselben Einsatz und fahrt für euch selber die Führungsarbeit. Das heißt so, dann müsst ihr eigentlich auch was bei rauskommen. Ja, dann müssten wir zusammenbleiben. Aber wer jetzt hier mehr Kräfte hat, der wird es schaffen. Wer nicht, dann nicht. Deswegen werden sie es hier wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Tjernetki braucht das zum Beispiel gar nicht machen, weil der sowieso nicht wirklich was reißen wird. Vorganov, der beste Ebenefahrer. Und vorne bleiben wir lieber dran, damit Rodriguez hier nicht zurückfällt. Wie es sein Kollege Spillak getan hat. Hier hinten haben wir noch Lozada rumkrauchen. Der es wahrscheinlich nicht mehr schaffen wird, ranzukommen. Obwohl es jetzt nur 40 Sekunden sind auf die Jungs hier vorne. Aber das sind schon wieder Einmute noch was, die die jetzt hier Rückstand haben. Tjernetki muss auch rausnehmen, damit der hier noch einigermaßen durchkommt. Die drei Jungs müssen allerdings weiter Führungsarbeit machen. Die sollen da vorne wieder rankommen. Normalerweise fahren die jetzt hier keine Affenzahn. Also 42 kmh im Vergleich zu denen hier mit 47. Müsste ja irgendwann dazu führen, dass die dann da vorne rankommen. Und vor allen Dingen, die fahren zusammen. Das gefällt mir. Dass die da mal wenigstens diese Teamgedanken haben. Weil wir gesagt haben, die wollen alle zusammen fahren oder was. Keine Ahnung warum. So, 65 gehen wir mal mit dem noch. Und dann sind wir ja gleich schon vorne drin. 1 Minute 15 haben wir da wieder einen Vorsprung von jemandem. Beziehungsweise von 5 Fahrern. Beste Bergfahrer ist Brutilla. Ne, Cunego. Damiano Cunego. Und Bongiorno. Oder Bongiorno. Die Jungs müssen wir noch einkriegen da vorne. Allerdings haben wir eine relativ gute Position, um das auch zu schaffen. Wir kommen gleich in den Anstieg. In den ersten Part davon. Der ist jetzt hier erreicht. Und jetzt geht es los mit Rodriguez. Wir gehen eine 85. Neben den Riegel. Ja, am Anfang erstmal eine 85. Aber wir könnten sogar schon mehr gehen, glaube ich. Gehen wir mal eine 90. Gehen wir mal eine 95. Müssen wir noch ein bisschen was reißen in der Zeit. Und die nächsten Jungs sind sehr weit entfernt, ehrlich gesagt. Die hier. Nehmen wir mal alle eure Riegel und dann haut mal richtig schön rein hier. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Ausdauer. Sind auch bei 4,5 Kilometern. Na gut. Vielleicht noch ein bisschen das weitermachen. Was er gerade treibt. Dass er noch ein bisschen mehr vorankommt. Dahinter haben wir Losada dabei. Der ist nicht allzu gut drauf. Kann am Feld bleiben. Da sind ja 4 Fahrer vorne. Und Rodriguez, der hat Probleme da vorne nochmal durchzukommen. Also die 31 Sekunden hier, die wir da nicht aufrollen können. Nicht in der kurzen Zeit. Nicht auf den 2 Kilometer, die jetzt noch sind. Und jetzt fährt er halt nur noch mit dem, was er hat. Da ist jetzt diese extreme Tempo-Geschichte nicht mehr drin. Dann wird wieder nur 4. Und die nächsten sind nicht von uns. Ganz weit weg kommen dann Spillak und Co. Caruso ist schon tot. Borganov ist auch nicht mehr gut drauf. Caruso und Borganov verlieren sehr, sehr viel Kraft. Und werden hier nicht viel reißen. Auch wenn wir jetzt auf der Tour und im Team in der Teamwertung wahrscheinlich gar nicht so schlecht dastehen. Aber wenn man sieht was wir im Endeffekt hätten reißen können war das jetzt nicht viel. Wenn man sieht, dass wir eigentlich auch keine großen Gegner hier in dem Feld haben. Das war ein 76er Bergfahrer, der hier einfach nur einen guten Vorsprung hatte. Hätten wir viel früher wahrscheinlich attackieren müssen. Jetzt die Frage, ob das jetzt so viel Vorsprung war, dass wir in der Gesamtwertung weit nach hinten rutschen. oder ob wir das eben nicht tun. Porzo Vivo wird erster bleiben. Der hat ja die letzte Etappe gewonnen. Und wir mit Rodriguez vielleicht sogar auf Platz 2 bis 3. Ich weiß nicht was Conego und Landa vorher gemacht haben auf der Etappe. Gucken wir uns das mal an. Wie sieht es da aus? Die haben wir ja gesehen, die Etappe. Für 41 Sekunden haben wir Rückstand. Landa, Ceruso und Urban sind noch vor uns. Und Pazzo Vivo wird das Ding wohl gewinnen. Oder Pazzo Vivo. Da ist wohl nicht mehr viel zu reißen. Wir sind ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Haben demnächst einen extremen Anstieg vor uns. Da kann also noch mal ein bisschen was gehen. Spiller hat 10 Punkte geschafft. Und wo ist denn eigentlich hier unser anderer Kollege? Rodriguez hat 26. Aber müsste nicht eigentlich auch der, die wir eben losgeschickt haben, dabei sein? Czernetki hat da keine Bergwertung mitgenommen. Ach doch, Bergwertung. Eben war es Sprintwertung. Alles klar. Haben wir das doch auch. Rodriguez ist kurz dahinter. Gut, die Bergwertung würde er wohl nicht mehr kriegen, der Czernetki. Das wäre so das einzige gewesen, wo ich sage, okay, da fährt er drauf. Und 6. in der Jugendwertung. Ich glaube, die Top 3 werden erwähnt im Nachhinein. Alles andere nicht. Die Teamwertung sieht ganz gut aus für uns. Wie gesagt, wenn wir immer vier Fahrer da vorne einigermaßen gut unterbringen, können wir das ganz gut. Einfach nur, weil wir hier ein bisschen Geld mitnehmen können. Ist jetzt nicht die wichtigste Tour. 177,3 Kilometer. Wenn wir mal von der Strecke ausgehen, ist das hier ein Anstieg von ungefähr 25 Kilometern. Das ist ja richtig heftig. Also, da kann man auch mal richtig schön seine Fahrer kaputt machen. Na gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.